Hallo, mein Name ist Mike. Ich wurde am 19.04.1975 in Korea geboren, in Seoul, und wurde in Sungae vor der Polizeistation, vor der Polizeibox abgegeben. Danach war ich im Jonghoian Baby Home, und von dort aus wurde ich nach Deutschland, nach Wuppertal, adoptiert, wo ich eine wunderbare Kindheit hatte, eine wunderbare Familie, und heute bin ich hier und auf der Suche nach Familienangehörigen, vielleicht Mutter, Vater, Geschwister, ich weiß es nicht. Ich bin Goldschmied vom Beruf, arbeite noch in einer Modeagentur, gehe auf internationale Messen und lebe mit meiner Freundin zusammen in München. Seit drei Jahren haben wir eine gemeinsame große Wohnung, vielleicht planen wir Familie, Heirat, aber ja, momentan bin ich zum ersten Mal in Korea, seit sechs Tagen, und meine Freundin unterstützt mich sehr in der Suche nach meiner Familie.